Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Greedfall. Wir befinden uns hier in dem geheimen Camp. Und müssen mit den Rekruten sprechen. Das werden wir jetzt tun. In dem Phantom-Regiment. Wie beschreiben Sie Ihre Training? Sie trainieren Sie außerhalb des Camps? Ja, wir machen. Nein, nicht nur. Wirklich? Doch wir haben gesagt, dass Sie Ihre Einrichtung spezialisiert hat über schwierige Gebäude. Ja, glaube ich. Ja, das stimmt. Problem mit erinnern, Soldaten. Nein, Kapitän. Was ist in Ihrer Squadron? Sehr gut. Die Phantom-Squadron ist nur von der sehr besten. Sie glauben Sie Ihre comrades? Wir sind wie fünf Fingern auf einem Hand, Madame. Ich würde sie mit meinem Leben glauben. Sie haben sicher den Militär spiriten. Ja, Kapitän. Wir haben gelernt, dass ein Rekruten died in ein accident während einer Maneuver. Das passiert oft? Nein, natürlich nicht. Nur für diejenigen, die nicht ... ... stark genug. Das ist verrückt. Ich wurde gesagt, dass dieser Rekruten sehr talentig war. Ich ... Ich ... Ich weiß nicht was zu sagen. Es ist möglich. Wenn Sie nicht interessieren, ich möchte zurückkommen zu meinem Training. Er sieht Angst, dass ein Rekruten könnte ihn auch befallen. Nein. Es ist nicht so. Ich einfach nicht will, dass ich nicht vor dem Zeitpunkt. Sehr gut. Also, ich habe noch eine Frage. Sie sind die Rekruten. Sie sind da, Kapitän. Sie sind da, Kapitän. Sie sind da, Kapitän. Die Antworten von diesem Rekruten sieht sehr wunderschön. Ich habe das Rekruten nicht mehr. Wir können nicht die Verruten. Die Rekruten. Kapitän. Wunderschön, Kapitän. Wunderschön. Ich möchte noch mehr über Ihre Training. Ich habe nichts zu sagen, meine Frau. Ich habe nichts zu sagen. Ich habe nichts zu sagen. Das ist eine schwierige Frage. Was machst du während der Training? Ist das ein Test, Kapitän? Nein, das ist kein Test. Du kannst frei sprechen. Na gut, Training ist schwierig. Aber wir können uns nicht schlägen, Kapitän. Das ist eine interessante Art, um es zu beschreiben. Du bist sehr unartig in diesem Squadron. Zumindest das habe ich gesagt. Unartig? Du kannst das sagen? Ja. Das ist ziemlich schade. Der Name Reiner ist ziemlich familiar. Ja? Nein, nein. Nein, wirklich. Du fühlst eher schade. Gefängst du dich? Gefängst du von deinem Liefer? Nein. Nein, nein. Nein, nein. Es ist nur, dass ich nicht mehr über die Rekruten Reiner kann. Und wir sind glücklich, dass der Liefer als unsere Instructor, Kapitän. Wir sollten das Soldaten zu lassen. Deine Name ist Soldat? Wilhelm. Äh... 1. Klasse Rekruten Wilhelm. Spectre Squadron. Bleib auf, Wilhelm. Dieser Rekruten Wilhelm, in spite of himself, legt auf mehr als die anderen. Seine Rekruten ist klar. Seine Rekruten ist klar. Aber er wird nichts geben, so lange als seine Instruktoren nahe sind. Dann gucken wir mal weiter. Kann ich mit der Tante da nochmal reden? Okay, dann fragen wir hier drüben noch. Kettin. Kettin. Ja. Kettin. 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 Okay. Kettin. 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 Okay. Kettin. 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 Kannst du uns ein paar Minuten und uns nach dem. Ich bin noch nie da. Und ich bin gespannt, was passiert. Ich bin nicht sicher, ob wir können, Kettin. Wir sind auf die Hand, Kettin. Dann befragen wir den Kollegen da hinten mal erneut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Okay, heftig. So, täusche vor, das Lager zu verlassen. Das kriegen wir hin. Okay. 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 So, dann schleichen wir hier mal durch. Okay. 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 Mal rein. Dann entern wir das Lager. Okay. 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 Das wird oben sein. Okay. 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 Wir schleichen mal weiter. Deine Rekruten sind in San Mateos eingetroffen und erfüllen unsere Erwartungen perfekt. Ich hätte nichts geringes von einem meiner besten Schüler erwartet. Ich habe dafür gesorgt, dass der Kommandant erfährt, welche gute Arbeit du in deinem Phantomlager geleistet hast. Ich habe keine Zweifel daran, dass er dich belohnen wird. Wenn die Rekruten, die wir in anderen Städte geschickt haben, genauso effizient sind, wird es doch du bald Major sein. Okay. Da schläft er aber gerade nicht da. Okay. Dann müssen wir jetzt in den Keller. Und dort mal gucken. Schlüssel haben wir ja jetzt. Hm. 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 Krass. Alle tot. Krass. So, Hauptmann. Wir haben den neuen Rekruten wie befohlen ausgebildet. Einige von ihnen schienen jedoch dem Schlafmangel Schwierigkeiten bereitet zu haben. Deshalb wurden sie zur Abhärtung in die Schwarze Kammer geschickt. Wir haben einen Verlust erlitten, aber die Erfahrung war sehr lehrreich und obwohl die Rekruten etwas geschwächt waren, waren sie danach viel kooperativer. Oh. Dieser Dokument erklärt sehr viel. Sie schüttern die Soldaten, um sie zu verbrechen. Rainer zeigt auf dieser Liste mehr als einmal. Er hat ihnen viele Probleme gegeben. Diejenigen, die zu viel resistieren, werden sie in der Nacht trainieren. Rolf? Du währst für das. Kurt. Wilhelm's name wurde erinnert. In der heutigen Training. Diese Monster wollen ihn bezahlen für die Hilfe er uns gegeben hat. Der Schlaf ist wahrscheinlich nicht zu überleben. Wir können sie nicht zu verbrechen. Wir müssen diesen Training umdrehen. Der Schlaf ist, dass Rolf wir uns verbrechen. Wenn der Schlaf ist wegen uns, dann werde ich mich nicht verbrechen. Okay. Ich habe mich nicht zu lassen, dass diese Rekruten sie verbrechen, dass sie zu verbrechen können. Wir können uns nicht zu verbrechen. Diese Kinder sind die Verbrechen, ja. Aber sie sind die Verbrechen. Dich hau ich zu Brei. 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 Noch jemand? Hey, 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 hier geblieben, Jungs. Es gibt einfach Dinge, die gehen, gar nicht. So, dann plündern wir die gerade noch. So Elite waren sie dann halt doch nicht, ne? So, wo ist denn der Hauptmann-Kollege? Sind wir da hoch? Da ist er. Okay. 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 You're so predictable. Ich wusste, dass du ein Bastard warst. Aber ich dachte, dass du ein Teil dieser Disgrace warst. Hab Spaß, Soldaten! Die Traitern müssen sterben! Stopp! Soldaten, sind Sie wirklich zu retten diesen Schäuern? Ich muss dich an den Garten zu erzählen. Wo ist deine Ehre? Ich werde nicht wiederholen, recruiter. Die Traitern. Soldaten, hör auf deinen Kapitän. Du bist die Begriffe von diesen Monsteren. Und wir sind hier, um dich zu retten. Wir haben uns ohne Resistenz verhindert. Um ein Kampf zu vermeiden und um deine Leben zu sparen. Was willst du uns tun? Wir haben Regeln. Und wir wissen, was zu uns passieren wird, wenn wir uns nicht beobachten. genug! Zwei Arme! Attack! Ähm... Wir haben uns nächstes Talentlevel. Da haben wir Null. Wir haben uns nicht das Talentlevel. Wir haben uns nicht das Talentlevel. Wir haben uns Null. Das ist alles, was uns erwartet. ATTACK! Muss ich euch erzählen, was passiert zu Reyna ist? Und wie viele andere Menschen verraten, um die Ambitionen dieses Camps zu verhindern. Ist das das, was du erwähnt hast, als du rekrutiert bist? Vielleicht nicht. Aber das ist das, wie man ein Elite Soldaten wird. Das Best. Genau. Na dann... Zeigen wir euch mal, was nicht Elite Soldaten alles drauf haben. Noch mehr. Du Elite Soldat. Da hat es sich auselitet. Da hat es sich auselitet. Noch einer. Ja. Entschuldigung, Kapitän. Der Mann hat länger gedauert, als erwähnt. Ich hoffe, dass deine Trucke bereit sind für eine wirkliche Krieg. Sie haben nur deine Kameraden verloren. Kapitän Kurt in diesen Kurtz haben nur ein ganzes Squadron. Ja. Sie können sie überraschieren. Sie konnten uns überraschieren. Oh, okay. Das haben wir nicht geschafft. Kurt, ich bin sehr entschuldigt. Wir sollten ihn zuerst beschädigen. Wir haben ihn zuerst beschädigt. Wir haben ihn zuerst beschädigt. Wir haben ihn zuerst beschädigt. Wir sind zuerst beschädigt, Kurt. Bei der Erleichtung, Kurt. Lass dich nicht deine Gefühle blinden, wenn die Jungsmörder vor dir stehen. Du bist richtig. Für Wilhelm. Für Rainer. Und das geht in der nächsten Folge. Und das geht in der nächsten Folge. Und das geht in der nächsten Folge.